Jo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin immer noch erkältet, es hat gefroren, es ist mega kalt und heute ist die 72. Shisei in Hamburg und das heißt, das 72 Cent Squad wird auf jeden Fall da sein, denn 72 ist die Gang, 72 ist unsere Zahl und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann später, wenn Sanji und ich aufeinandertreffen. Bis dann und ciao! Jo Freunde, 72. Squad am Start. 72 ist unsere Zahl, 72 ist die Shisei, wir sind endlich hier mit vier Stunden Verspätung, weil wir shoppen waren. Im Grunde genommen sind wir pünktlich, ne? Ja, wir kommen nicht zu spät, wir kommen einfach irgendwann. Und ja, jetzt gehen wir los zu Shisei. Ja. Die Fans rennen schon weg? Die Fans rennen weg? Shkuh, shkuh, shkuh. Wir stinken einfach. So, und ja, wir gehen jetzt los. Shisei ist gleich da vorne. Ja. Mal gucken, was da so los ist. Uns wurde schon gespoilert, wer da ist. Die 144p Gang Leto. Robben-Schläger-Squad. Yeah. Wir lieben dich, Leto. Grüße gehen raus an, Leto. Und Hiroshima. Willst du noch was sagen? Ich habe euch alle lieb, nicht. Willkommen zu einer perversen Folge Shisei. Ich habe gehört, heute werdet ihr auf eine magische Reise mitgenommen. Ins Reich der Pottwale. Ah. Cut, cut. Viel zu pervers. Hey. Bis 139 Kammatsuk. Hey. 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 Hi Abonniert mich. Das ist eine gute Entscheidung. Ich mache Pokémon Videos. Ich habe ihn geworfen. Solita oder so. Jutta, Magie! Was haben Sie da? Ich bin glücklich. Warum? Pommes. Pommes. Ah, Pommes. Schenkt mir Pommes, wenn ihr mich gern habt. Äh, nein auch nicht. Spannend. Ich bin auch gespannt, was du hier nochmal machen wirst. Ich werde sie müde nicht machen. Schkurr. Schkurr. Wer ruft mich da gerade an? Ich bin Grey und das ist meine Welt. So skandalös, dass ich mich ausziehen muss. Ich bin leicht verstört. Dieser Skandal. Halt den nicht aus. Dieser arme Mann wird die ganze Zeit angemalt. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch.